Ein Mini-One ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Kleinwagen hat drei Türen und bietet vier Sitzplätze. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 115.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2002. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, elektrischer Seitenspiegel, Metallic, Leichtmetallfelden, Servolenkung und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Benziners überträgt einer Leistung von 90 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,8 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.